Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Heute an einem Freitag. Lass deshalb gerne einen Daumen nach oben da oder natürlich auch eine Bewertung bei iTunes oder, falls ihr das bei Spotify hört, ein Follow bei Spotify. Heute reden wir über das Boxen. Klar, wir haben auch eine UFC Fight in einem Wochenende, aber jetzt redet jeder über das Boxen. Wir haben am Wochenende Canelo, der boxen wird, aber wir hatten auch ein Face-Off zwischen Floyd Mayweather, dem Floyd Money Mayweather und dem Bruder von Jake Paul, Logan Paul, ebenfalls sehr erfolgreicher YouTuber, sehr, sehr bekannt auf YouTube und die beiden werden gegeneinander boxen. Nun gab es beim gestrigen Face-Off zwischen den beiden eine Konfrontation zwischen Floyd Mayweather und Jake Paul, in welcher Jake Paul die Kappe von Floyd Mayweather runtergenommen bzw. geklaut hat oder versucht hat zu klauen. Daraufhin war Floyd Mayweather richtig angepisst. Also der hat da rumgebrüllt, ich werde dich umbringen und so weiter und Jake Paul hat dann noch eins auf die Mütze bekommen von einem der Bodyguards. Das hat er richtig ins Auge getroffen. Jake Paul hat jetzt ein blaues Auge. Manche sagen, er hat auch einen wackeligen Zahn. Das soll man auf seiner Insta-Story sehen. Aber das Krasse ist doch, dass Floyd sich so sehr darüber aufregt. Ich halte das Ganze für so eine 50-50-Situation. Wir dürfen nicht vergessen, Mayweather gegen Paul wurde schon mal verschoben, weil sich niemand für diesen Boxkampf interessiert hat. Der Kampf hatte kaum Publicity, kaum PR. Jetzt wurde er verschoben, jetzt soll er bald kommen und jetzt dieser PR-Stand. Naja, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Marketing-Move war. Und für ein Marketing, wenn es um die Millionen geht, ja, dann lässt sich Jake Paul halt auch mal ein blaues Auge schlagen. Verheilt und dann ist alles wieder tutti. Die Millionen sind dann trotzdem gemacht. Sehr spannende Situation. Manche machen jetzt Witze über Floyd Mayweather, den wir ja sonst immer nur kahlköpfig gesehen haben. Jetzt haben wir seine Frisur gesehen. Und viele machen darüber einen Spaß und viele sagen auch, okay, deshalb ist Floyd so ausgerastet, weil die Leute daraufhin seine Frisur gesehen haben. Verstehe ich nicht ganz. Wahrscheinlich ist das eher so ein USA-Ding. Aber Floyd Mayweather, der war, ey, der war ordentlich, ordentlich angepisst. So, dann haben wir am Wochenende ebenfalls Canelo. Der trifft nämlich auf Billy Joe Saunders. Das ist ein sehr spannender Fight. Spannender als die letzten Boxkämpfe von Canelo. Aber ich denke, Canelo, der zwar Probleme hatte in seinem Kampf gegen zum Beispiel einen Floyd Mayweather und stilistisch gesehen kann man Saunders mit einem Mayweather vergleichen, wird dieses Ding trotzdem machen, weil Canelo die Ausdauer hat und natürlich über diese Zeit gehen kann. Die Frage ist natürlich, powert sich Saunders aus am Anfang oder powert er sich nicht aus? Und ich denke, das wird ein Schlüsselmoment sein und eine Schlüsselrolle spielen in diesem Fight. Wir haben ebenfalls eine UFC Fight Night. Im Main Event haben wir nicht TJ Dillashaw gegen Corey St. Hagen. Eigentlich hätten wir die beiden sehen sollen. Dillashaws langersehnte Rückkehr nach zwei Jahren Doping-Sperre wegen EPO. Nein, wir haben leider einen verletzten Dillashaw, der sich im Training verletzt hat. Stattdessen haben wir Marina Rodriguez versus Michelle Waterson als Main Event. Ja, kein Top-3-Main Event. Beide nicht in der Top-3. Ich glaube, Waterson auf Platz 8 und Rodriguez, glaube ich, auf Platz 4. Co-Main Event Donald Cironi gegen Alex Morono. Wir haben Neil Magny gegen Jov Neal. Und wir haben auch Gregor Gillespie gegen Diego Ferreira. Gregor Gillespie, der hat eine deutsche Mutter. Deshalb hat er auch die deutsche Flagge in seiner Insta-Bio. Und, Funfact ebenfalls, der Bruder von Gregor Gillespie heißt Thorsten. Also man wollte ihm, Gregor, einen deutschen Namen geben und seinem Bruder auch. Deshalb Gregor und Thorsten. Den haben nicht viele auf dem Schirm. Ist ein super Fighter. Wurde brutal ausgenaukt von Kevin Lee leider. Ja, eine solide Fight Night, die aber ganz klar ohne Dillashaw im Main Event nicht das ist, was sie sein könnte. Cironi hätte das Main Event machen können. Neil Magny ebenfalls. Aber unspektakulär das Main Event in meinen Augen. Watterson ist bekannt dafür, dass sie sehr viel Schattenboxen macht im Oktagon und nicht gut auf dem Boden ist. Dementsprechend verspreche ich mir davon nicht viel. Vielmehr verspreche ich mir aber von Canelo. Der boxt, meine ich, Samstag auf Sonntag ab 2 Uhr. Gratis-Monat für The Zone. Gibt es wie immer bei WeLoveMMA in der Instagram-Story. Und dann würde ich sagen, schreiben wir eure Meinung unten rein. Was denkt ihr? Jake Paul gegen Floyd Mayweather. Fake Show. Hat das Ganze einen Hauch von Wrestling? So eine Wrestling-Show? Oder sagt ihr, das ist alles echt? Schreibt es unten rein. Folgt uns, WeLoveMMA bei Instagram. Und damit hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal.